Moin moin und herzlich willkommen zum dritten Adventskalendertürchen. Ich bin Dennis und das ist Diced. Ach ja, und das ist Stefan. Hallo! Heute haben wir ein Brettspiel für euch, was wir euch vorstellen, und zwar Crossmaster Quest. Crossmaster Arena hatte ich ja einmal vorgestellt in der Sendung recht zu Anfang und da ging es ja im Endeffekt darum, dass jeder seine Gruppe an Figuren, diesen kleinen Anime-Manga-Figuren, gegeneinander antritt auf dem Spielbrett und Crossmaster Quest geht da einen etwas anderen Weg, Stefan, das kannst du vielleicht am besten erzählen, als passionierter Crossmaster-Spieler. Ja, im Gegensatz zu der normalen Arena-Variante, wo sich, wie Dennis gerade schon sagte, zwei Teams, die gegenseitig die Brügel rausschmeißen, ist Crossmaster Quest ein Dungeon-Crawler. Das heißt also, mehrere oder zwei Teams aus verschiedenen Cross-Mastern gegen einen Dämon. Heißen die Brügel wirklich Crossmaster? Die heißen tatsächlich Crossmaster, ja. Okay. Also das ist etwas, mutet merkwürdig an, aber es ist im Gesamt-Universum heißen die halt Crossmaster. Ist ja auch der Cross-Moss, ne? Das ist der Cross-Moss, wo auch das Spiel Doofus stattfindet und so. Genau, Wakfu und so weiter. Wakfu ist die Serie. Und das Ganze ist halt Crossmaster Arena nur halt in einen Dungeon-Crawler gepresst oder beziehungsweise auf einen Dungeon-Crawler umgemünzt. Vielleicht muss man aber kurz erklären, was ein Dungeon-Crawler ist. Eine Gruppe von Helden bewegt sich durch einen Dungeon, durch einen dunklen Kerker und versucht, die Pläne des bösen Overlords zu verhindern. Also quasi ein Spiel kooperativ gegen das System oder auch gegeneinander. Bedingt, bedingt tatsächlich. Also auch wenn Spiele oder wenn Dungeon-Crawler, die man kooperativ gegen das Spiel spielt, aktuell sehr im Trend sind, ist Crossmaster Arena tatsächlich anders. Es gibt nämlich immer einen bösen Gegenspieler. Ja gut, Crossmaster Arena sowieso. Äh, Arena meine ich nicht. Crossmaster Quest. Es gibt nämlich immer einen bösen Gegenspieler. Den Dämon. Der Dämon in dieser Fahne, der im Endeffekt dann die Mobs und die Gegner kontrolliert und die dann starten und versucht dann die Helden daran zu hindern, ja, die Quest zu erfüllen und ja, im Endeffekt der Gegenspieler im Endeffekt. So, und das Besondere ist bei Crossmaster Quest, dass entweder ist es ein fester Spieler oder aber der Spieler, der Dämon-Spieler, so muss man das sagen, der Dämon-Spieler wechselt jede Runde. Das heißt, es gibt dann so einen Marker und dann werden die bösen Figuren, die Gegner werden dann jede Runde von jedem anders gesteuert, was auch ein sehr interessantes Konzept ist. Außerdem kann man das Spiel kooperativ spielen, das heißt, die alle spielen zusammen und gewinnen gemeinsam oder aber auch gegeneinander. Das heißt, dass man zwar gegen den Dämon spielt, allerdings gewinnt derjenige, der am ehesten die Punkte hat und nicht die anderen. Man kann auch gegeneinander spielen, also sich auch gegenseitig unboxen, was ein sehr interessantes Konzept dieser Hinsicht ist. Wenn man Crossmaster gespielt hat, Stefan, wenn man Crossmaster Arena gespielt hat, was ist denn neben der Geschichte, dass man halt Quests nicht miteinander spielt, was ist das Besondere sonst noch hier? Das Besondere an dem Crossmaster Quest ist tatsächlich, dass es komplett kompatibel ist mit Crossmaster Arena. Was heißen soll, dass sämtliche Figuren, die innerhalb des Crossmaster Arena Cosmos oder Cosmos rausgekommen sind, in sämtlichen Erweiterungen, Frigos, Season 2, Season 3 etc., komplett auch mit Crossmaster Quest gespielt werden können. Sogar mit Crossmaster Junior, habe ich gesehen. Das mag sein, dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Das ermöglicht oder wird ermöglicht durch diese Karten, die genauso aufgebaut sind wie bei Crossmaster Arena. Das heißt, jemand, der Crossmaster Arena gespielt hat, guckt sich die Karten an und weiß gleich, aha, so funktionieren also quasi die Regeln und auch die Eigenschaften halt in Crossmaster Quest. Das heißt, die Grundregeln sind ja im Endeffekt auch die gleichen, ne? Also im Endeffekt, wenn die Figuren gleich funktionieren mit den gleichen Werten, das heißt, man bewegt sich, man schießt sich dementsprechend ja wahrscheinlich dann gleich. Davon gehe ich aus. Genau, und die Figuren, die hier drin sind, kann man auch im anderen benutzen. Ja. Allerdings hat man hier die Möglichkeit, die Figuren noch aufzurüsten. Also jeder Spieler bekommt so ein Charactersheet, der ist ausgestanzt dort, wo im Endeffekt Items reingelegt werden. Ja, und man kann dafür irgendwie, man kann dann irgendwie Sets bekommen, man kann Beute bekommen, hat so einen Rucksack, wo man Beute reinlegen kann. Man kann Schuhe, Ausrüstung und alles bekommen im Endeffekt, wie bei einem Diablo-Spiel oder wie bei einem Rollenspiel, kann man so seinen Charakter ausrüsten, nachdem man fette Beute gemacht hat. Mhm. Und das ist, finde ich, eine interessante Erweiterung. Was sehr schön ist, dass man im Gegensatz zu einem normalen Dungeon-Crawler, so wie man es kennt mal, keine Goblins, Orks, Drachen oder ähnliches Gezücht umprügelt, sondern wie es ist in einer niedlichen, netten, quasi-Animeserie, prügelt man auf Vögel, kleinere Schweinchen. Also Tofus. Genau, ein Tofu, auf sowas hier, prügelt man zum Beispiel ein. Oder die, was ist denn die Vielfraße? Das ist, nee, das ist ein Fresssack. Ein Fresssack, ein königlicher Fresssack. Hunger, Hunger, Happa, Happa. Ja, genau. So, die Fresssäcke. Ja, Crossmaster Arena, man muss dazu sagen, was ich ein bisschen negativ finde, das muss man sagen, ist, dass leider die meisten Wickenlo-Plättchen sind, während die Figuren sehr, sehr schöne Figuren sind. Aber sonst macht das einen ganz netten Eindruck, wir haben es mal gespielt auf der Spiel dieses Jahr, haben es mal kurz angezockt und das war ganz nett. Leider haben wir zu dem Zeitpunkt alle wichtigen Elemente des Rollenspiels und die Charakteraufwertung leider nicht mit im Spiel drin gehabt. Dafür entschuldige ich mich bei dem Spielleiter da, dass ich dann so ungehalten war und meinte, na gut, dann brauche ich nicht weiterspielen. Das tut mir leid, ich bin halt ein Arschloch. Das habe ich dann übernommen. Aber Crossmaster Quest ist tatsächlich eine sehr schöne Sache, gerade wenn man mit den Crossmaster Figuren mehr machen möchte und auch mal ein bisschen questen will. Ja. Kurz und was für jeden, der sich tatsächlich im Crossmaster Universum bewegt, das Universum gerne mag und auch mit dem Rum und Rum halt was anfangen kann. Schön ist auch für den geneigten Crossmaster Arena Spieler, dass es den königlichen Tofu wie auch den königlichen Fresssack auch nur in dieser Box gibt. Und das ist einfach mal ein schönes Goodie, dass man sagen kann, okay, ich habe zwei Sonderfiguren, die es in dieser Box halt gibt und kann die auch nochmal im Arena Spiel einsetzen. Ja. Ich finde die toll. Das war's zu Crossmaster Quest für den heutigen 3. Dezember. Morgen geht es natürlich weiter und wie immer habt ihr die Möglichkeit, an der Adventskalenderverlosung teilzunehmen. Ich denke, Survival of the Fettest. Ich gehe jetzt in die Sonne und wenn du dich beschwerst, gibt es Kraft magar für alle. Ich beschwere mich ganz doll. So Leute, und wie immer habt ihr die Möglichkeit, am Diced-Adventskalender-Gewinnspiel zu partizipieren. Und zwar muss sich die Regeln ein klein bisschen ändern, das heißt, ihr braucht dieses Video nicht mehr auf Facebook oder Twitter zu teilen mit dem Hashtag Diced-Advent, sondern es reicht, wenn ihr bei Facebook dieses Video liked oder kommentiert, sowohl like als auch comment, gibt euch jeweils eine Chance. Das heißt, liked und kommentiert ihr beides zusammen, kriegt ihr zwei Chancen tatsächlich mit ausgelost zu werden. Bei Twitter könnt ihr natürlich auch mitmachen, dort gilt weiterhin der Hashtag Diced-Advent. Teilt das Video dort mit diesem Hashtag und in dem Teil. Und nur weil es jetzt nicht geteilt werden muss, würde es mich dennoch freuen, wenn ihr einfach das Video teilt, einfach um den Adventskalender ein bisschen größer zu machen, um vielleicht auch Diced ein bisschen mehr Reichweite zu geben und vor allem aber auch, um den Herstellern, die ich hier vorstelle, um deren Produkten eine Chance zu geben, eine breitere Masse zu erreichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen und drücke euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Morgen gibt es wie jeden Tag immer den Vortagesgewinner, der in den Topf kommt. Und am Ende, am 25. werden aus allen 25 Videos einer der Gewinner rausgezogen. Und der gewinnt dann das Paket, wo ich Tabletop-Kram drin habe. Für euch natürlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017